Musik Hallo, ich bin der Michael, komme aus Bremen Nord und bin in dem Projekt Bolzplatz in Lüssum und bin da zuständig für Marketing und finde es eigentlich das superste Projekt, was ich je kennengelernt habe, weil man spontan nur für sieben Tage mitmachen kann und sich nicht fürs Leben verpflichten muss. Da sind Leute immer dabei und da kann man sie auch begeistern, da haben sie Spaß dran. Musik